Lorenz Limited Edition Street Food Festival Pulled Pork Flavor. Wir probieren diese Chips. Willkommen bei der Food Show. Ja, ich habe für euch die neuen Pulled Pork Crunch Chips. Ja, eine nagelneue Sorte. Habe ich für euch gerade schon abgedreht alles. Also ich habe gerade schon die Nahaufnahme gemacht. Ich habe es noch nicht probiert. Ich habe sie bisher nur gerochen. Ja, es sind nagelneue Crunch Chips im Pulled Pork Burger Flavor. Das ist ja mal dieses schlimme Wort, finde ich, weil Flavor meistens nicht daran kommt, was halt wirklich der Geschmack am Ende ist. Ja, Kalorien hat so ein Ding auch. 533 auf 100 Gramm. Euch erwartet hier Kartoffelchips mit mariniertem Fleischgeschmack. So nennen dies. Ich gucke gerade mal so, ob irgendwas besonderes drin ist. Aber ihr habt hier Kartoffeln, Sonnenblumenöl, karamellisierten Zucker, Paprika, Schweinefleischpulver, Zwiebeln, Knoblauchpulver, Tomatenpulver, Chilipulver. Danach nur noch Aroma, Raucharoma und dann kommen wir zu Standardsachen. Ja, bin ich mal gespannt. Könnte geil sein. Könnte auch nicht geil sein. Riecht. Auf jeden Fall nicht nach Pulled Pork. Also in keiner Art und Weise. Ja, das ist so etwas kräftiger Barbecue. Barbecue sage ich schon, etwas kräftigere Paprika-Chips. Sie so leicht ins Barbecue-Aroma reingehen. Na ja, wir probieren sie jetzt aus. Ihr geht kurz in die Nahaufnahme, guckt sie euch einmal an. Zutaten, Nährwerte könnt ihr lesen und danach probieren wir sie. Also bis gleich. Und jetzt schauen wir uns die einmal an. Pulled Pork, Flavor. So sieht ein Pulled Pork aus und so sehen die Chips natürlich aus. Ihr seht also ganz normale Chips. Wir gehen noch ein bisschen näher ran. Ohne nicht gefärbt. Man kann das Fett sogar sehen und die ganzen Sachen. Ja, wir machen einmal Zutaten Nährwerte. Ihr habt jetzt glaube ich gesehen. Okay, obwohl ihr ein bisschen was um die Ecke noch ist, aber ist ja nichts Wildes. Hier habt ihr die Zutaten. Und jetzt probieren wir sie. Und da sind wir wieder zurück. Ja, und jetzt probieren wir sie auch direkt mal aus, wie sie schmecken. Brauchen wir dieses Video nicht so in die Länge ziehen, weil, wofür was? Das sind Chips. Also. Schmecken. Also knusprig sind sie. Das kann Quarnchips ja immer. Finde ich sehr salzig. Und da hatte ich jetzt so ein bisschen dieses Schweinefleischaroma. Also was die versuchen. Da ist so eine leichte Barbecue Note da, aber nichts Besonderes. Also wirklich alles so ein bisschen ein Hauch von, aber irgendwie auch nichts, muss man sagen, richtig. Und ich such den Pulled Pork Burger. Also ich komme auf keinen Burger Geschmack. Ich komme aber auch auf keinen Schweinegeschmack oder so. Ich kann es nicht sagen. Es schmeckt nicht nach Pulled Pork Burger. Es schmeckt auch nicht nach Barbecue. Es schmeckt auch nicht nach, naja, du hast diese leichte Schweine Note. Du merkst das leichte Chili, was hier noch drin ist. Das kommt so ein bisschen im Rachen. Es ist ein Chip oder eine Chipstüte mit einem speziellen Geschmack, die ich nicht identifizieren kann, was es genau sein soll. Man kann sie essen. Ich würde sie mir aber auf keinen Fall wieder kaufen. Also ich finde sie ein bisschen enttäuschend. Ich finde sie zu eintönig. Punktemäßig kriegen die von mir zweieinhalb von fünf. Also genau die Hälfte. Also es sind leckere Chips. Also man kann sie essen, sie knuspern, nur, wie gesagt, wo da der Pulled Pork Burger sein soll. Oder irgendeinen anderen Geschmack. Selbst Barbecue ist nicht zu finden, obwohl das ja wunderbar so ein Burger passt. Ein bisschen enttäuschend. Schade. Hätte ich mir mehr davon erwartet. Findet ihr ab sofort im Handel. Probiert sie aus, wenn ihr Fans von sowas seid. Vielleicht habt ihr einen anderen Geschmack und es kommt ein besserer Geschmack bei euch durch. Und wenn ihr sie schon probiert habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich sage danke für das Zuschauen. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Darum Dankeschön nochmal. Ciao. Euer Bob.